Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und sagt, hallo Marc, hier ist Toni, das reicht schon, wenn du das sagst. Ja, da weißt du auch, wer dran ist. Ja, genau. Ich weiß dann auch, dass du Toni Ruprecht bist. Anton Johannes Maria Ruprecht. Der bekannte Rundfunk-Moderator, bekannt aus Funk, Film, Fernsehen und von den Butterfahrten. Ja, hallo, hier ist Marc Angerstein. Ich bin's, Toni. Ah, hallo, Toni. Hallo, Marc. Na? Haben wir Zeit für einen gespielten Witz? Ach, Toni. Toni, das ist falsch. Du musst mich dann fragen. Nein, du musst dann feststellen, ich höre mich ja nach acht Gläsern weinen. Höre ich mich ja, ja? Also, Toni, das haben wir doch stundenlang, haben wir das von 21.15 Uhr bis 23.49 Uhr haben wir das doch geübt. Also, du rufst jetzt an, ja? Ja, hallo, hier ist Marc Angerstein. Toni hier. Hallo, Toni. Ja, ähm, ich hab meinen Text vergessen. Moment. Ich, äh, wie ging's? Ach ja, du, du klingst ja wie... Nein, 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 du rufst nochmal an und konzentrierst dich bitte, Toni, konzentrier dich doch nur ein einziges Mal. Toni, du musst sagen, hier ist Toni. Oh, Toni, ich finde, du hörst nach acht Gläsern weinen, hörst du dich ganz anders an. Das musst du sagen, ja? Also, du rufst jetzt nochmal an, bitte. Ja. Ja, hallo, hier ist Marc Angerstein. Hallo, hier ist Toni, du klingst wie mein achtes Glas Rotwein. Toni, ich mach mal eine Musik und... Hier ist Marc Angerstein. Toni hier, Marc. Hallo, Toni. Hi. Na? Du klingst ja wie nach... Nein, 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 Toni, du musst sagen, du klingst nach acht Gläsern weinen ja so anders, musst du sagen. Ruf nochmal an, Toni. Nö, nö, jetzt hab ich keine Runde mehr. Hallo, hier ist Marc Angerstein. Marc, du kannst mich jetzt mal... Ich trinke jetzt acht Gläser Rotwein. Ist mir völlig egal, wie du klingst. Toni, das ist unglaublich. Da üben wir von 21.15 Uhr bis 23.49 Uhr üben wir einen Gespielten. Und du kriegst es nicht mehr hin um 0.37 Uhr? 40 Minuten später? Ist das ein Wunder? Hallo? Jetzt hast du die Pränte vorweggenommen. Toni, so kann ich mit dir keine Gespielten mehr machen. Du musst dich schon ein bisschen auch aufs Produkt konzentrieren. Ja, aber jedes Mal, wenn wir diesen Blödsinn... Ein bisschen Engagement kann ich ja wohl erwarten. ...ein bisschen Rotwein trinken. Also, eine letzte Chance, Toni, eine letzte Chance. Ja, hallo, hier ist Marc Angerstein. Toni hier. Hallo, Toni. Also, du klingst völlig anders nach acht Gläsern Rotwein. Ja, aber ich hab doch gar keinen Rotwein getrunken. Ich muss jetzt sagen, aber ich, ne? Aber ich. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.